Yo Leute, was geht ab? ILOVECHICKEN46 ist wieder back am Start mit einem neuen Video, yeah! Oh, irgendwie geht Fortnite bei mir, ha? 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 Ah, jetzt. Wir werden heute auf jeden Fall, äh, diesen neuen Modus hier zocken. Übel Bock, die ganzen Noobs dort zu rasieren. Geil. Ähm, was ist eine gute Masche, um Likes zu sammeln? Ja, äh, wenn ihr eure Familie liebt und eure Mutter liebt, dann, äh, liked das Video, ähm, äh, liked einfach das Video, ja. Ich weiß, dass ihr eure Mutter liebt, wenn nicht, dann seid ihr komische Leute, aber liked einfach das Video, okay? Und auf jeden Fall, ähm, use Creator Code ILOVECHICKEN46 in der Itemshop, sonst gewinnt ihr nie wieder in eurem Leben. Und, ähm, jetzt geht's los. Uga, uga, buga, ey! Ah, okay, 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 scheiß mal auf die Details. Use Creator Code ILOVECHICKEN46 in der Itemshop rein. Was für Jota, äh, Pegame. Ich bin heute wieder mal mit Control am Start. Uah, es beginnt, es beginnt! Wollte mich verarschen, als ob ich... What the fuck? Ey, ich wurde gescammed. Ich wurde, ich wurde gescammed. Alter, das fängt ja super an, Digga. Geil, Alter. Das kann ich hier wieder... Oh, leck mich doch am Arsch. Huh. I don't know, what do mine or mine is anyway? Das war's, Jo, wirklich komplett. So ne Scheiße, Alter, fast schon gestorben hier. Meine Fresse, Alter. Alles nur, weil ihr hier so Scheiße baut. Willst du ein kleiner Go? Willst du ein kleiner Go, hä? Wuh! Wuh! Wuhu! Ey, ey, ey! Wuhu! Wuh! Sku, sku! Wuhu! Was geht, Bruder? Erstmal eine Runde Fortnite, oder? Wüßchen Fortnite, die Starts. Erstmal... Oh, Jockey, Parky! Oh, come on, man! Okay. Okay, cool. Okay, cool. Scheiße. Erste Runde leider nur drei Kills gemacht. Kacke! Kacke, Mann! Kacke! Wieso wurde ich von so einem gesnipet? Aber ich muss ehrlich zugeben, ich feiere den Modus hart, weil man ist immer so under pressure. Musst du richtig unter Druck arbeiten. Und das feiere ich. Klar, manchmal ist es kacke, wenn halt jeder Go um die Ecke kommt. Aber... Oh, 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 oh! Oh! Ganz schlecht, Bruder! Oh, 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 oh! Oh! Ganz schlecht, Bruder! Oh! Ey, was soll der Scheiß? Was ein 31er, Alter? Uh, uh! Jockey, Parky! Wow! Uh! Uh! Ich will die Sterne mal! Ui! Uh! Junge, erst mein Kill-Clown, Alter, und dann mich noch bumsen. Was geht bei dir ab, Kollege? Oh, die Runde war richtig scheiße. Oh! Sorry! Sorry, Leute! Ich will einfach nur sorry sagen. Alter, so eine Scheiße, die Runde... Was? Was? Hä? Darf man das? Was geht jetzt ab? Aber ich zock doch solo! Digga, die Team, wie scheiße! Bruh, ich zock... Du! Dein Team-Mitglied. Okay. Ähm. Äh, äh, sorry. Peinlich? Aber wieso zock ich Duo? Als ob man das zu zweit zockt. Egal. Ich bumse eh alle. Ja, Alter, Junge! Arschlecken! Arschlecken! Ich hab vor allem geilen Loot! Bitte nicht! Leer! Blei! Vor allem geilen Loot gehabt, Alter. Oh, nein! Jockey, bulky! Rip, 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 rip! Alter, scheiße, 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 scheiße! Rip, 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 rip! Rip! Fuck! Mann! Scheiße, ich seh gar nix, Alter, scheiß Sturm! Der war so kacke! Junge, er wird so sterben, weil er so schlecht ist! Jede Runde verkacke ich, Alter! Job, mach doch was hier! Was soll die Scheiße? Chill doch nicht die ganze Zeit da rum! Leolius, Polius, jetzt komm! Komm, du's ab, Alter! 300 IQ-Move! Hier ist der ein bisschen Wodka! Ja, das bringt der nächste Kollege! Kollege Schnürschuh! Das war's! Kollege Bleifuß, fetz dich weg! Babam! Oh! Junge, der ist schlecht, Alter! Anonym 200! Guck mal, er schießt gegen Wand! Welcher? Okay, ich soll mal mein Maul halten, er hat mich gekillt! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Boah, yes, zwei Kills, ne? Schön, Bruder. Dir hab ich deine Ehre genommen. Ich lauf so offensiv hier rum, Digga, das gibt's echt nicht. Hehe, boah. Hu! Ja, komm, scheiß drauf, aber ich hab ganz guten Loot, das ist okay. Damit kann ich arbeiten, auf jeden Fall. Der ist ja kompletter Marsch. Der kompletter Marsch. Der Kollege hier. Der ist nicht mal aus seiner Bude raus, wird er schon abgeballert. Ganz schlecht. Ja, da kann man nicht wieder raus, oder? Nö, also das geht nicht, ne? Doch, das muss irgendwie gehen, Digga. Ich will hier rein und seine Kackwaffe da holen. Das ist ziemlich gut. Das war's, oder was? Junge, wie viele Leute sind da noch übrig? Sieg, du hast gewonnen. Ja, aber nicht die Runde leider. Hey, die haben sich alle verpisst, oder was? Okay, mit welchen Noobs bin ich jetzt am Start? Ah, Banane. Flocker weg, der auch. Alles schlecht, das sehe ich erst schon. Ein paar Sekunden später. Lass doch nicht nach! Oh, Mann. Ey, der war wieder so low. Leck doch! Jitschkis! Huh! Nein! Nein! Oh, fuck, Mann! Dummer Bastard! Jedes Mal, Alter! Jedes verfickte Mal! Mit eurem Drecksfallen! Die haben alle so Teams. Ich habe keine Teams. Lol, was machen die jetzt? Baubattle, oder was? In der Tat! Lol! Lol! Lol, die machen das so! Lol! Okay, chill ich! Job! Junge! Diese Scheiß-Nachladerei! Und ich krieg so'n Kack-Loot! Geil, Alter! Junge, was soll ich machen, echt? Witzig, hier mit euren Scheiß-Teams! Sogar, ich habe so hart auf meine Dinger geflogen, dass meine Kamera umgefallen ist. Ich habe es nicht mehr bemerkt. Lernen Sprach-Bubble! Hoffentlich fliegst du daneben. Yo! Was geht jetzt ab, Alter? Was geht denn jetzt ab? Die zocken einfach zu dritt! Hä? Du kannst schon nicht zu dritt zocken! Was machen die eigentlich? Voll komisch! Jaaaa! Ich dachte, er fällt runter. Digga, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen, Alter! Die zocken irgendwie alle zusammen und... Voll komisch! Hoffentlich lief jetzt einer aus Versehen! Ja, cool! Guck mal, wie viele Gegner da noch übrig sind! Okay, cool, Alter! Ey, ich krieg noch... Ich krieg noch schlimmere Waffen als beim ersten Mal! Die finden das safe witzig! Gebäude sanieren! Straßen reparieren! Mitarbeiter schlagen! Weil mich jeden Tag blamieren! Aber ich liebe meine Arbeit! Mädchen, kannst du glauben! Also guck nicht so bei mir mit deinen hässlichen Augen! Die Hälfte ist eh wieder rausgegangen! Geil! Wunderbar! Schön! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Die team da alle wie sonst noch was! Das war es mit dem Video! Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like! Teilt das Video mit euren Freunden! Kommentiert das Video! Egal! Kommentiert einfach! Schreibt irgendeine Scheiße rein! Mir egal! Kommentiert! Und ähm... Bis zum nächsten Mal! Ciao Kakao!